Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Die Nachrichten aus Essen am 14. August. Ich bin Anna Bartel, guten Abend. Heute wirkt das verlorene DFB-Pokalspiel noch nach und nicht nur das Ergebnis. Nach dem DFB-Pokalspiel von Rot-Weiß-Essen beschweren sich jetzt Fans über die Einlasskontrollen am Stadion an der Hafenstraße. Die Kontrollen sollen unverhältnismäßig gewesen sein, schreibt eine Hamburger Fan-Initiative. Die Gäste-Fans vom HSV sollen auch im Intimbereich kontrolliert worden sein. Rot-Weiß-Essen hat auf die Vorwürfe reagiert. Madeleine Gerig aus den Radio Essen-Nachrichten. Was sagt Rot-Weiß denn zu den Vorwürfen? RWE hat die Vorwürfe gestern Abend noch zurückgewiesen. Die Kontrollen seien so gewesen, wie es im Konzept des DFB steht. Rechtlich sei alles in Ordnung. Das Problem war, dass Sicherheitskräfte mehrere Feuerwerkskörper bei Fans gefunden hatten. Daraufhin wurden die Kontrollen verstärkt, sagt Rot-Weiß-Essen. Und tatsächlich sei auch weitere Pyrotechnik entdeckt worden. Außerdem hätten einige Fans den Ordnungsdienst bei den Durchsuchungen behindert, sodass die Polizei eingreifen musste. Die Fan-Initiative aus Hamburg gibt sich mit dieser Erklärung nicht zufrieden. Man könne nicht einfach alle Gäste-Fans unter Generalverdacht stellen. Häkerlich und verunsichert sind die Lehrer und Schüler an der Frieder-Levi-Gesamtschule im Ostviertel. Da wurden bei einem Einbruch am Wochenende 30 Tablets gestohlen. Die Tablets sollten gerade an neu angekommene Schüler und Lehrer ausgegeben werden. Dafür muss jetzt Ersatz her. Und das sorgt natürlich wieder für einen höheren Aufwand. Zum einen. Aber der Einbruch an sich hat schon Folgen für alle, sagt der kommissarische Schulleiter Stefan Bergmann im Radio-Essen-Interview. Wir hatten vor eineinhalb Jahren schon mal einen Einbruch hier. Und jetzt ist wieder in die Privatsphäre auch der Kolleginnen und Kollegen im Lehrerzimmer oder auch hier im Sekretariat und in den Büros eingedrungen worden. Und das ist natürlich ein Gefühl der Unsicherheit. Der Schulleiter bittet jetzt darum, Hinweise an die Polizei weiterzugeben. Der Einbruch muss zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag passiert sein. Die Tablets sind übrigens so eingerichtet, dass die Diebe damit praktisch gar nichts anfangen können. Sie sind von der Stadt Essen extra gesichert und werden bei Diebstählen gesperrt. In Rüttenscheid beginnt heute ein großes Bauprojekt. Die Stadt lässt nämlich eine neue provisorische Schule auf der Grünfläche zwischen der Rosastraße und der von einem Straße bauen. Darin sollen die Kinder von der Andreasschule und der Sternschule in Zukunft lernen. Beide Schulen müssen dringend saniert werden. Unser Radio-Essen-Stadtreporter Christian Banja weiß mehr. Was erwartet die Anwohnerinnen und Anwohner in Rüttenscheid denn jetzt? In den nächsten Monaten, da wird es laut, eng und dreckig an der Rosastraße und der von einem Straße. Ab heute werden erst einmal die Spielgeräte im Park abgebaut und ein Zaun wird gezogen. Danach fangen dann die Erdarbeiten an. Und richtig eng wird es von Mitte bis Ende Oktober, wenn pro Tag 10 Schwerlaster die Module für die Schule bringen. Die kommen nachts. Abgeladen wird dann tagsüber mit einem großen Kran. Der Neubau soll schon im März nächsten Jahres fertig sein, samt neuem Schulhof, Spielplatz und grünem Klassenzimmer. Die Sanierung der beiden Schulen dauert dann bis zum Sommer 2025. Und es gibt leider noch mal wieder eine traurige Nachricht. Erneut gab es einen schweren Unfall in Holstehausen. Ein Kind ist aus dem Fenster gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei besteht aber keine Lebensgefahr nach dem Sturz. Das dreijährige Kind ist am Morgen an der Karstraße aus einem Fenster im zweiten Stock gefallen. In diesem Sommer ist das damit schon der fünfte Fall dieser Art. Und das war überregional wichtig. Wir brauchen mehr Bewegung. Das ist der dringende Aufruf der Deutschen Krankenversicherung. Die hat zusammen mit der Sporthochschule in Köln unser Verhalten untersucht. Fazit, wir sitzen alle viel zu lange. Im Durchschnitt 9,2 Stunden am Tag. Mit unserem Verhalten steuern wir direkt in eine Gesundheits- und sozialökonomische Krise. Das sagt der renommierte Sportwissenschaftler Ingo Frohböse von der Sporthochschule. Er fordert, mehr Bewegung in die tägliche Routine einbauen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das passt zur Bewegung draußen. Ihr habt ja alle noch eine Chance heute. Es bleibt nämlich trocken am Abend. Morgen ist es dann immer wieder sonnig. Es kann dann mal ein paar Schauer oder Gewitter geben, aber eher selten. Und es wird auch wieder warm mit um die 27 Grad morgen. Das waren die wichtigsten Meldungen bei uns aus Essen. Ich wünsche euch jetzt noch einen guten Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.